Hallo, ich stehe heute am Geißbockheim und werde gleich Timo Horn vom 1. FC Köln interviewen. Ich bin gespannt, was er auf meine Fragen antworten wird. Hallo Herr Horn, erst einmal Glückwunsch zum Aufstieg und nachträglich alles Gute zu Ihrem 21. Geburtstag. Durften Sie dann gestern wenigstens ein klein wenig feiern? Ja, auf jeden Fall. Im Kreise der Familie haben wir ein bisschen gefeiert. Und es war auf jeden Fall schön, auch mit dem Aufstieg im Rücken den Geburtstag zu feiern. Jetzt endgültig dann auch volljährig und mit 21 auch nicht mehr so im Jugendstatus, sondern ich denke auch dann langsam so im Profifußball angekommen. Wann in dieser Saison wussten Sie, das klappt mit dem Aufstieg? Ja, ich habe schon öfter gesagt, dass es eigentlich so das Spiel gegen Cottbus war, wo wir lange Zeit zurückgelegt haben und dann in den letzten Minuten das Spiel noch gedreht haben. Das war einfach so das Spiel, wo auch am meisten Erleichterung von mir abgefallen ist. Und ja, ich da auch so einen leichten emotionalen Ausbruch hatte, was normalerweise nicht so mein Ding ist. Aber das Spiel war einfach so das Zeichen für mich. Ja, jetzt holt uns keiner mehr ein. Sie haben 16 Spiele ohne Gegentor und mussten insgesamt nur 18 Mal hinter sich greifen. Wünscht man sich da als Torwart nicht mal einen schlechten Tag seiner Abwehr? Ne, also die Abwehr und generell die ganze Mannschaft hat defensiv dieses Jahr sehr gut gearbeitet. Ich denke, das war der Grundbaustein auch für den Aufstieg. Und ja, die Mannschaft hatte eigentlich da schon das meiste vom Tor abgehalten. Ich habe hier und da ja auch mal dem Team helfen können. Aber ja, vorrangig haben wir das schon im Mittelfeld und im Abwehrbereich dann gelöst, sodass ich dann ja kaum noch was zu tun hatte. Und darum bin ich sehr froh. Also ich habe es lieber so, als dass ich dauernd unter Beschuss stehe. Ja, aber für kaum was zu tun hat Ihnen der Kicker die Bestnote gegeben. Sie wurden vom Kicker zum besten Torwart der Zweitligasaison gekürt. Was ist dann Ihr Geheimnis? Ja, also für mich lag meine Aufgabe eigentlich diese Saison darin, die wenigen Bälle, die dann aufs Tor kommen, zu entschärfen und dann der Mannschaft weiterhelfen zu können. Ich denke, das habe ich in den meisten Partien ganz gut hinbekommen und habe da auch den ein oder anderen entscheidenden Ball erhalten können. Aber wie ich schon gesagt habe, die ganze Mannschaft hat sehr gut defensiv gearbeitet. Und ja, also ich denke, dass jeder auch den Preis der bester Spieler oder auch Spieler der Saison verdient gehabt hätte. Ja, Sie sprechen es gerade an, Spieler der Saison. Die Fans haben ihre Leistung auch honoriert und sie zum Spieler der Saison gekürt. Was bedeutet Ihnen dieser Titel? Ja, sehr viel, weil es eben eine Anerkennung der Fans ist. Die haben mich dazu gewählt. Und wie gesagt, es gab sehr viele Spieler, die das verdient gehabt hätten. Ich denke da immer auch so ein bisschen an den Jonas Hector, der eine Wahnsinnssaison gespielt hat. Und auch noch einige andere Spieler bei uns, die sehr Großes geleistet haben auch dieses Jahr. Und von daher war es auch ein bisschen überraschend für mich. Aber ich freue mich riesig darüber, dass die Fans da auch meine Leistung anerkannt haben. Und ja, das ist auch irgendwo so eine Bestätigung der Leistung dann. Ja, auf jeden Fall. Was machen Sie am 13. Juli? Am 13. Juli? Soll ich Ihnen auf die Sprünge helfen? Ja, machen Sie mal. Das ist das WM-Finale. Oh, okay. Ja, das werde ich mir natürlich dann anschauen. Da haben wir ja auch schon wieder das Training aufgenommen. Ich weiß natürlich jetzt noch nicht, wie der Trainingsplan aussieht. Aber klar, also WM werde ich mir natürlich auch möglichst alle Spiele anschauen, klar. Wo landet der 1. FC Köln in der nächsten Saison? Was ist Ihre Prognose? Ja, ist schwer zu sagen. Aber ich habe ein ganz gutes Gefühl, weil wir ein gutes Teamgefüge haben, einen guten Zusammenhalt in der Mannschaft haben. Generell im ganzen Verein merkt man, dass da wieder was zusammenwächst. Und der Umbruch hat dem Verein sehr gut getan. Und deswegen denke ich, dass wir, wenn wir uns jetzt noch hier und da auf der einen oder anderen Position noch verstärken können, auch sehr gute Chancen haben, den Klassenerhalt zu packen. Und was darüber hinaus dann noch geht, nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ich denke auch, erst mal ist das Ziel Klassenerhalt. Und dann schaut man mal weiter. Was haben Sie noch für Ziele für Ihre Zukunft? Ja, also das nächste Ziel im Verein ist es natürlich, den FC da auch auf Dauer in der ersten Liga zu etablieren. Und da möchte ich meinen Teil dazu beitragen. Darüber hinaus natürlich mich auch in der Nationalmannschaft weiterentwickeln. Da habe ich noch große Konkurrenz mit Ter Stegen und Leno, die beide der U21 auch vertreten sind. Da möchte ich den nächsten Schritt machen. Ich möchte natürlich nächstes Jahr oder nächste Saison auf höchstem Niveau dann in der ersten Liga spielen. und mich dann auch für die U21-Nationalmannschaft da empfehlen und da den Konkurrenzkampf irgendwo auch aufnehmen. Und ja, langfristig gesehen ist es natürlich auch ein Traum von mir, irgendwann mal für die A-Nationalmannschaft aufzulaufen, klar. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und bedanke mich für dieses Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüssi. Vielen Dank. So, das war es von uns. Wir gehen jetzt ab ins Funkhaus und schauen uns mal an, was es so Neues gibt aus der Welt des Sports. Bis zum nächsten Mal.